Ja hallo, heute ein Video zum Thema Refrain von Oyez comme on va. Und ich habe hier wieder meine 16 Kreuze. Von diesen sind hier 5 und hier nochmal 3 umkreist. Und das sind ja die, die gespielt werden. Also dort befinden sich die Töne der Melodie. Und die ohne Kreis sind quasi nur die Pausen. Wir sprechen die mit Kreis als ba und die ohne Kreis als die. Und dann üben wir erstmal die erste Reihe schön langsam. Ba, die, Entschuldigung. Ba, 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 die, 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 ba, ba, die, ba, 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 die, 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 ba, ba, die, ba, die. Okay. Wenn ihr das könnt, könnt ihr ganz langsam die Hände mitlaufen lassen. Und dann haben wir rechts, links, rechts, links unten die Hände immer abwechselnd. Und dann haben wir auch wieder auf Pause und eine Zeit lang üben. Wenn ihr das Stück hört, ist es natürlich viel schneller. Dort ist der Refrain natürlich mit Wörtern, also Das ist dieser Rhythmus. Ich habe ihn euch auch nochmal in dem anderen Videorefrain mit den Noten aufgeschrieben. Okay, also nochmal. Ba, 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 die, 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 ba, ba, die, ba, die. Oder jetzt die Version, ihr kennt es schon, wenn ihr euch die anderen Videos angeschaut habt, wo ihr quasi die mit Kreis mit Stift spielt hier und die ohne Kreis mit der linken Hand. Dann hätten wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit der linken Hand hier. Die ersten 5 mit der rechten. Hier wieder 2 mit der rechten, einen linken, einen rechten, einen linken. Ich würde diese Übung sehr ernst nehmen und wirklich üben, bis hier auch bei einem schnellen Tempo. Also bis ihr beim schnellen Tempo auch sicher seid. Viel Spaß beim Üben. Vielen Dank.